Männer sollten Frauen heiraten, die im Sternzeichen Waage geboren sind. Mein Name ist Lisa und ich erzähle dir, warum Waagefrauen so cool sind. Zunächst einmal hängt das damit zusammen, dass Frauen, die zwischen dem 23. September und dem 23. Oktober geboren wurden, einen ganz besonderen Charakter haben. Sie ertragen keine Routine, Langeweile oder Eintönigkeit. Das können sie schlichtweg nicht aushalten. Es wird immer Bewegung und Aktivität geben. Diese Frauen werden immer gepflegt, im Trend und schick sein. Diese Frauen werden jedoch nie einen schwachen Mann an ihrer Seite dulden. Das liegt daran, dass sie von Natur aus nach Aktivität streben. Sie brauchen jemanden, der immer das Gleichgewicht und die Balance hält. Wenn ein Mann so unerschütterlich wie Beton ist, wird das funktionieren. Gleichzeitig beherrschen sie die Kunst der Kommunikation. Sie können sich mit jedem einigen und die Herzen anderer Menschen im Handumdrehen erobern. Deshalb passt eine solche Frau natürlich nur zu einem verantwortungsbewussten Mann, der bereit ist, im Leben erfolgreich zu sein und keinesfalls eifersüchtig ist. Ein Nachteil ist jedoch, dass diese Frauen sich sehr gut anpassen können. Und der häufigste Fehler ist, wenn Wagen von ihrem Weg abweichen und ihre eigenen Interessen und Wünsche für den Mann opfern. Lass gerne deine Erfahrungen in den Kommentaren da, damit sich alle austauschen können. Vielen Dank. Vielen Dank.